Im letzten Video haben wir uns damit beschäftigt, wie wir feststellen können, ob ein Zusammenhang auf kategorialer Ebene statistisch signifikant ist, mittels des Ski-Quadrat-Testes. Dieses Mal soll es darum gehen, herauszufinden, ob ein solcher Zusammenhang oder wie stark ein solcher Zusammenhang tatsächlich ist, ein Maß für die Stärke der Beziehung zweier kategorialer Variablen zueinander. Ich nehme als Beispieldatensatz hier wieder meine Bernsteinfunde, wo wir Fundstellen mit und ohne Bernstein in Beziehung auf die Fundkategorie, in der wir diese vorgefunden haben. Wir haben ja mit Ski-Quadrat bereits ein Maß für die Unterschiedlichkeit kennengelernt. Man könnte jetzt einfach hergehen und intuitiv sagen, gut, dann vergleichen wir die Ski-Quadrat-Werte verschiedener Tests miteinander und schauen, wie die sich unterscheiden. Denn letztendlich finden wir damit heraus, ob oder wie stark ein Zusammenhang ist. Aber Ski-Quadrat hängt noch von anderen Parametern ab als ausschließlich der Stärke unseres Zusammenhangs, die für einen statistischen Test erwünscht sind. Für unser Maß allerdings unerwünscht. Wenn ich den Ski-Quadrat-Test durchführe, für meine Bernsteinfunde, und ich werde die Korrektur in diesem Fall wieder ausschalten, damit wir fünftige Rechnergebnisse bekommen, dann bekomme ich einen Ski-Quadrat-Wert von 22,4 heraus. So weit, so gut. Wenn ich eigentlich meine Bernsteinfunde jetzt einfach verdopple, indem ich sie mal 2 rechne, also wir bekommen einfach statt 6, 12, statt 132, 264 und so weiter. Dann bekomme ich einen, oh, und wenn ich das hier auch noch richtig eingebe, Core-Rect gleich, oder Core gleich F. Wir wollen ja die Korrektur ausschalten und nicht einschalten. Gut, kommen wir zu etwas anderen Werten. Also bei dem einfachen Bernsteinfunde-Datensatz komme ich auf 24,68. Bei dem verdoppelten Bernsteinfunde-Datensatz komme ich auf knapp 50 im Ski-Quadrat-Wert. Obwohl die Beziehung zwischen den Variablen natürlich eigentlich die gleiche ist, da wir alle Felder verdoppelt haben. Von daher ist die Stärke der Beziehung natürlich eigentlich als gleich anzusehen. Durch die Verdopplung aller Werte verändert sich nicht der Einfluss, den die Fundkategorie auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Bernstein hat. Also sehen wir schon mal, dass Ski-Quadrat abhängig von unserer n-Zahl ist. Damit scheidet also sozusagen aus, dass wir unterschiedliche Datensätze in ihrer Stärke miteinander vergleichen können. Wir werden sehen, dass man das natürlich durch Teilen von n korrigieren kann. Aber ich möchte als erstes ein sehr viel einfacheres Maß für die Stärke des Zusammenhangs darstellen. Das ist Jules' Q. Und ich werde erst einmal hier die Formel dafür einführen. Wiederum indem ich sie hier entsprechend darstelle. Machen wir das mal hier rüber. Wir reden momentan von einem Vier-Felder-Fall, wie wir es bei unseren Bernstein-Funden auch vorliegen haben. Also wir haben vier Werte vorliegen. Zwei Fälle auf der einen Variable, zwei Fälle auf der anderen Variable. Die klassische Vier-Felder-Situation, die wir hier oben mit A, B, C, D, die einzelnen Felder, kennzeichnen. Jules' Q basiert jetzt darauf, dass wir schauen, wie die beiden Diagonalen sich zueinander verhalten. Wenn wir sehr viele Werte auf dieser Diagonalen haben, dann ist natürlich ein starker Einfluss dieser Variable, ein starker Zusammenhang dieser Variable hier zu dieser Variable gegeben. Wenn ich ausschließlich Siedlungen oder Siedlungen mit Bernstein hätte und Gräber ohne Bernstein, dann hätten wir einen perfekten Zusammenhang zwischen Siedlung oder Fundkategorie und Bernstein-Vorkommen. Und zwar einen perfekt positiven, wir gehen einfach mal die Tabelle sozusagen runter, hier die Variable. Also Siedlung, ja, viel Bernstein. Siedlung, nein, kein Bernstein. Das wäre ein perfekter Zusammenhang. Umgekehrt, wenn wir Siedlung, ja, kein Bernstein hätten, Siedlung, ja, kein Bernstein, demzufolge hier viele Zahlen, eine hohe Zahl und Siedlung, nein, viel Bernstein, hier eine niedrige Zahl entsprechend, dann hätten wir einen perfekt negativen Zusammenhang. Und das stellt Jules' Q im Grunde genommen dar. Also wir nehmen die eine Diagonale, multiplizieren die Werte von A und D, ziehen davon die andere Diagonale ab, indem wir B und C multiplizieren. Wenn hier die Werte hoch sind, wird dieser Term hoch, dementsprechend muss dieser Term dann niedrig sein. Wir bekommen hier oben einen positiven Wert heraus. Umgekehrt, wenn diese Diagonale hoch ist, bekommen wir hier einen sehr hohen Wert, hier einen niedrigen Wert. Und demzufolge bekommen wir einen negativen Wert heraus. Und das Ganze wird dann noch normiert auf die Summe von AD plus BC, damit wir in einen Wertebereich von minus 1 bis 1 kommen. Minus 1 in Jules' Q bedeutet einen stark negativen Zusammenhang. Plus 1 bedeutet einen stark positiven Zusammenhang. Und alles, was dazwischen liegt, ordnet sich dementsprechend an. Null bedeutet, dass gar kein Zusammenhang besteht. Obacht wiederum, wir berechnen hier die Stärke des Zusammenhangs. Das sagt aber wiederum nichts mehr die Signifikanz des Zusammenhangs aus, weil die ja wieder von der Fallzahl abhängt. Und die schließen wir, die rechnen wir explizit heraus. Wiederum ein Grund, sich vor Augen zu führen, dass Signifikanz und Stärke eben zwei unterschiedliche Dinge sind. Für Jules' Q gibt es im Basispaket kein fertiges Modul oder keine fertige Funktion. Es gibt eine solche in dem Paket PSYCH. Aber wir wollen mal das Ganze entsprechend hier selbst wiederum programmieren, indem wir uns eine eigene kleine Funktion schreiben. Die auch Funktion schreiben ist ja nicht sonderlich schwierig, wenn wir schon die Formel vorliegen haben. Hier, wir müssen einfach nur diese Formel abbilden. Also wir brauchen eine Funktion, die nenne ich mal calcJulesQ. Da in diese Funktionsvariable kommt eine Funktion rein, die wir mit R entsprechend ankündigen. Oder in R entsprechend ankündigen. Wir wollen eine Eingabe-Variable haben, die wir mal mit X benennen. Und jetzt kommt der Funktionskörper, indem wir einfach JulesQ eine Variable erstellen, indem wir den Wert ausrechnen und am Ende JulesQ wieder ausgeben. Und ich wandle das nochmal explizit in einen Zahlenwert um. Okay, hier kommt jetzt unsere Formel umgesetzt hinein. Und das ist im Grunde genommen der obere Teil der Formel. Wir reden von einer Vierfelder-Situation. Wir kommen hier also jetzt eine Vierfelder-Variable hinein. So etwas wie unsere Bernsteinfunde. Das heißt, Zelle A ist unsere Bernsteinfunde, die entsprechende Variable Spalte 1, Zeile 1. Also X von 1,1 mal X von, jetzt brauchen wir D, also 2,2. Zweite Spalte, zweite Zeile. Das addieren wir, äh, davon subtrahieren wir die erste Zeile, zweite Spalte. Also X von, ähm, 1,2. Vierum multipliziert mit X von 2,1 für unser C hier. Zweite Zeile, erste Spalte. Gut. Jetzt müssen wir noch das Ganze unter dem Bruchstrich hier entsprechend umsetzen. Ich mache es mir mal etwas bequemer und sage einfach geteilt durch. Dann setze ich das Ganze noch klammern, damit der Term auch auf jeden Fall zuerst komplett ausgerechnet wird. Und verändere das hier in ein Plus. Dementsprechend, damit hier auch die Strichrechnung zuerst passiert, klammere ich den Spaß hier auch nochmal ein. Und damit haben wir unsere Formel umgesetzt und können die Funktion in R implementieren. Wenn ich jetzt sie aufrufe mit unseren Bernstein-Funden, Bernstein-Funde, erhalten wir eine Minus 0,8. Wir haben also, Jules Q attestiert uns einen starken negativen Zusammenhang zwischen Bernstein- und Fund-Kategorie. Und das funktioniert auch noch, wenn ich das Ganze mit 2 multipliziere, haben wir auch immer noch 0,8. Mit 4 desgleichen. Also wir sind unabhängig geworden von unserer Fallzahl. Jules Q ist eingeschränkt auf diesen Vier-Felder-Fall. Um das zu umgehen, um diese Berechnung auch allgemeiner zu machen, führe ich jetzt erst einmal meinen anderen Wert ein, der erst einmal auch noch auf dem Vier-Felder-Fall basiert. Und zwar Phi. Phi ist ebenfalls ein Maß für den Vier-Felder-Fall. Wir haben hier eine ähnliche Situation vorliegen. A mal D minus B mal C. Der untere Teil des Bruchstriches sieht etwas anders aus. Wir normieren auf die Summe der einzelnen Felder zueinander geteilt durch das Ganze. Das Ganze als Wurzel dann betrachtet ergibt uns aber ein vergleichbares Maß. Auch hier können wir die Formel entsprechend umsetzen in eine Funktion. Ich werde das jetzt hier entsprechend einfach nochmal reinkopieren. Wir nehmen Phi hier oben unsere Variable, die wir berechnen wollen, und geben sie am Ende aus. Und hier umgesetzt haben wir Äquivalent zu Jules Q, den oberen Teil. Und im unteren Teil habe ich jetzt auch länglich, aber das ist eigentlich nur eine Fleißarbeit, entsprechend die einzelnen Felder der Formel gemäß eingetragen aus unserer Vier-Felder-Tafel. Also 1,1 ist A, 1,2 ist B und so fort. Ich jetzt also statt Jules Q unser Phi ausrechne und vorher das Ganze übergebe an R. Dann bekomme ich hier wieder einen Wert für das Phi heraus, der wiederum unabhängig ist von meiner Fallzahl. Phi hat die nette Eigenschaft dieses Phi, dass es sich mit J² in Beziehung setzen lässt. Und zwar ist Phi zum Quadrat immer gleich dem Phi-Quadrat-Wert der Vier-Felder-Tafel geteilt durch die Gesamtanzahl innerhalb der Vier-Felder-Tafel, die Gesamtanzahl der Fälle. Dementsprechend ist das Absolute von Phi, wir haben hier eine Quadrierung drin, das heißt, wir werden unser Vorzeichen los vom Phi. Also ist das Absolute von Phi gleich der Wurzel aus Phi-Quadrat geteilt durch N. Wir nähern uns der Verallgemeinerung unseres Falls und haben hier schon unseren Phi-Quadrat-Wert drin. Wenn wir den sowieso ausrechnen, ist es vielleicht einfacher, ihn durch die Gesamtfallzahl zu teilen und dann die Wurzel zu ziehen, um ein Maß zu bekommen, als entsprechend diese Formel hier noch extra auszuführen. Das Ganze mal nachgewiesen. Wir nehmen unseren G-Square-Test von Bernstein-Funde. Dort drin ist eine Variable, die dort herauskommt, eine spezielle Variable, die ich jetzt mal in eine Variable t überführe, ein spezieller Wert. Und wenn wir uns die Struktur von t anschauen, dann sehen wir, dass hier einige Dinge drinstecken. Was uns interessiert, ist die Untervariable oder die Spalte Statistik, wo unser Phi-Quadrat-Wert drinsteckt. Ich muss das Ganze noch unkorrigieren. Korrigiert ist gleich falsch. Ich will jetzt aber die Variable wegnehmen, denn uns interessiert Statistik, um direkt unseren Ski-Quadrat-Wert ausgespuckt zu bekommen. Und wenn wir den teilen durch die Anzahl in Bernstein-Funde, so erhalten wir einen Wert 0,1234222. Und wenn wir unser Ski wieder berechnen und das quadrieren, kommt genau der gleiche Wert heraus. Das ist nochmal in der Empirik gezeigt, dass dieses Verhältnis besteht. Den Beweis sparen wir uns an dieser Stelle. Gut, damit haben wir jetzt schon mal unser Phi auf andere Art und Weise berechnen können für den Vier-Felder-Fall. Das Problem ist nämlich, dass der Ski-Quadrat-Wert nicht nur von der Endzahl abhängt, sondern auch davon, wie viele Zeilen und Spalten wir haben. Das liegt daran, dass das maximal erreichbare Ski-Quadrat davon abhängt, auf wie viele Zeilen und Spalten wir unsere n aufteilen. Denn je mehr Zeilen und Spalten wir haben, umso mehr Möglichkeiten gibt es, dass ein Wert vom Erwartungswert abweichen kann. Das können wir mal aufzeigen, indem wir eine Testvariable aufbauen, die eine Matrix ist, bei der wir 30 Fälle in A haben, 0 Fälle in B, 0 Fälle in C und wiederum 30 in D. Das Ganze ist ein Vektor, der in die Matrix gegeben wird, die am Ende zwei Spalten haben soll. Das ausgeführt, kriegen wir unsere Variable Test1. Und das wäre im Grunde genommen so eine perfekte Beziehung zwischen dieser Variable und dieser Variable. Alles befindet sich auf dieser einen Diagonale. Also müsste und sollte Joules Q1 ergeben und Phi sollte auch entsprechend bei 1 herauskommen. Die gesamte Fallzahl ist 60. Wenn wir jetzt den Chi-Quadratwert ausrechnen, Test1, Core gleich F, erhalten wir einen Chi-Quadratwert von 60 und im Vierfelder-Fall ist der maximal erreichbare Chi-Quadratwert immer gleich der Fallanzahl. Gut, wir haben also unser n von 60 und das teilen wir jetzt mal auf mehr Spalten auf. Fangen wir mal mit 3 an. Und um das nicht langtippen zu müssen, hole ich mir das auch hier mal rüber. Wir haben jetzt unsere Variable Test2. Wir haben immer noch eine Gesamtfallanzahl, Test2, eine Klammer weniger, von 60. Und wenn ich jetzt meinen Chi-Quadratwert ausrechne, für diesen Fall haben wir 120 maximal mögliche Chi-Quadratwerte vorliegen, weil wir nicht nur hier eine Abweichung vom Chi-Quadratwert beobachten können und hier eine Abweichung, sondern eben auch noch in einer weiteren Spalte und in einer weiteren Zeile. Demzufolge kann Chi-Quadrat jetzt höher werden. Das gleiche können wir auch weiter spielen, indem wir unsere 60 Fälle noch mal aufteilen in vier Zeilen und Spalten, wo in jeder Stelle dieser Diagonalen 15 steht. wiederum bleibt die Summe bei 60, wir haben immer noch 60 Fälle insgesamt und Chi-Quadrat ist jetzt bei 180. Wir können also sehen, dass der Chi-Quadratwert auch von der Zeilen- und Spaltenanzahl abhängt und deswegen lässt sich dieses schlichte Phi hier nur ausrechnen für den Vier-Felder-Fall. Wir müssen es also noch einmal normieren und zwar auf die Anzahl von Zeilen und Spalten, da das maximal mögliche Chi-Quadrat immer nur in einer solchen Diagonale entstehen kann und die immer nur in einer quadratischen Matrize entstehen kann, wo wir genauso viele Zeilen wie Spalten haben, ergibt sich unser maximal mögliches Chi-Quadrat aus der kleineren Anzahl von Zeilen oder Spalten. Dementsprechend normieren wir das Ganze unser Chi-Quadrat einerseits auf n, wie wir es in Phi auch schon haben, oder im Absolutwert von Phi, mal das Minimum von Zeilen, Spalten, minus 1, denn in unserem Vier-Felder-Fall haben wir zwei Zeilen, zwei Spalten, das Minimum davon ist 2, minus 1 landen wir bei 1, das heißt n wird direkt übernommen und damit sind wir wieder bei dieser Formel. Wohingegen, wenn es mehr als zwei Zeilen und Spalten werden, dann muss der Chi-Quadratwert weiter normiert werden auf eben die entsprechende Anzahl. Gut, auch Kramer liegt nicht im Standard R vor, aber wiederum in Psych findet man eine entsprechende Funktion oder man erstellt sie sich wiederum selber, indem wir eine neue Funktion erstellen, Calc-Cramus-V, CV, in der wir wiederum abbilden, was wir hier oben, was wir in der Formel sehen. Also wir brauchen den Chi-Quadratwert, den wir aus dem Chi-Quadrat-Test am einfachsten herausziehen können, und zwar aus der untervariablichen Statistik. Das teilen wir durch die Summe von x, also die n-Anzahl, mal das Minimum, die kleinere Zahl der Dimensionen von x, also die kleinere Zahl von Zeilen oder Spalten, minus 1. Und damit bekommen wir das Calc-Cramus-V auch hier entsprechend zurückgegeben. Wenn ich das hier an R übergebe und damit die Funktion in R ermögliche und dann sie entsprechend ausrechne für unsere Bernsteinfunde, bekommen wir hier einen entsprechenden Wert ausgegeben. Und das ist unabhängig von meiner Fallzahl, weil wir durch n am Ende teilen, ist es genauso unabhängig von der Anzahl von Zeilen und Spalten. Das können wir zeigen, indem wir hier Test 1 nehmen. Dort einen perfekten Zusammenhang sehen. Bei Test 2 mit den 3-Zeilen-Spalten ist es das Gleiche. Und bei Test 3 mit den 4-Zeilen-Spalten haben wir auch ein Kramers-V von 1. Wir bekommen hier eine G-Quadrat-Warnung. Das können wir aber an dieser Stelle ignorieren. Gut, das sind jetzt drei mögliche Maße für die Beziehung von kategorialen Variablen zueinander. Jules-Q als einfachste Möglichkeit für den Vier-Felder-Fall. V als weitere Möglichkeit für den Vier-Felder-Fall. Und Kramers-V für die Variante, dass wir mehr als zwei Zeilen und Spalten vorliegen haben. Das nächste Mal wird es noch kurz um den Fischers-Exact-Test gehen, der eine Alternative darstellt zum Schi-Quadrat-Test für den Fall, dass wir zu wenig Fallzahl für Schi-Quadrat haben oder dass Erwartungswerte unter 5 sind, was ja auch in der Anforderung des Schi-Quadrat-Testes ist, um korrekt zu funktionieren.